hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom teamprojekt zusammen mit dem chris und mit seinem komischen matthias der die zahlenreihe ausprobiert wir sind doch beim fliegen stehen geblieben das können ein bisschen da an bei der geschwindigkeit von zehn kammer zwölf kammer so was müssen wir dann noch machen ist jetzt noch was zu dreschen oder ist noch fertig bei dir durften ich war jetzt erst mit dem hänger zum hof und nehme dann die schnelltexuhr ich wünsche mir dann eigentlich rein theoretisch mit dem titelladen oder so helfen ja mach ich das eine quasi beide hinfährt und der andere tut es dann quasi rein ja das machen wir zuerst bei den hängern ume bringen und das schneidwerk abholen und fahr ich mit dem ume und dann komme ich ja perfekt ahja ich bin ja wieder die uhrzeit wann wird sie an der schlaue kreuzzi moin der passant was gibt es der liebe herr justin wollte sie über das fragen wollte ich ja nicht was fand du es sogar geschrieben ja aber ich habe geschrieben weil schaste wenden muss wow was gibt es ich wollte fragen wie es ihrem sohn geht was wie es ihrem sohn geht was was laberst du dein sohn warst du ja kalt gefüttert deswegen warst du ja kurz weg was naja ich sehn geschiezen alter jetzt kann ich jetzt wieder äh dicht verpixeln und vertonen alter wegen dir du vogel piep piep 值 J⁄J⁄J⁄J⁄J⁄J⁄J J« was willst du verpixeln weil ich mir da und geliegt hab sorry verpiepen musst du es eigentlich ja tschüss ho Alter sind hier 2 kandidaten da oben mit seinen komischen Witz alter Weißt du schon wieder, Peter? Du warst schon wo. Weil ich kurz weg war. Wo war der Flügel anhänger noch einmal? Da wo die Feldspritzen ist oder so? Naja, schlässst du nicht an die Hose. Ok, da wo die Press und das ganze drin steht. So, dann geh ich noch den Schneidwerkswagen holen und den Drescher auf den Hof bringen und dann komme ich zu dir. So, dann geh ich noch an. 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 Ist es mit dem besser zu fahren? Ja, aber es passt so. 6R, ich weiß nicht, da habe ich da wieder. 6R. 6R. 7R. 8R. 9R. 10R. Dann locken wir mal den Schneidberg auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann fahren wir mal mit dem Drescher und dann werden wir ihn mal forschen, wo ist der gestanden? Der war in der einen Halle in Drescher, da war der extra drin stehen und ich weiß nicht was los. Hm, der rote eh, wo der Katana drin steht, weiß ich schon. Ein Mitschneidwerk sagen, wo ich merke. Ja, der hat keine Anhängekupplung. Doch, hat er. Und ich fahre extra da hin mit dem Fendt, weißt. Ich habe beinahe gesagt, dass du. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 6 Ballen für dich. So meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung und schreibt es da in den Kommentaren und dann schaut es zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.